Hallo, ich werd genötigt, die Einleitung zu machen. Ich bin Flocke und wir spielen mit Dalu, Maruchigo, Fisk, Gönz, Kundra, Maxi, Nils, Tauter und Early Boy! Und was spielt ihr hier ... Ja, hier fehlt ja alles, ey. Ich mach das Spiel bekannt für die Zuschauer. Hallo, dritte, schlurte! Ich möchte jetzt gerne meine Waffe wieder haben, die mir einer geklaut hat am Anfang. Nils, du hast mich doch geschubst, oder? Bei mir hängt das Spiel jetzt. Der war fliegt da noch da unten. Aber meine Shotgun war gestohlen worden. War gestohlen worden. Oh, ich fand mir gar nicht klar. Ich glaube, ihr habt geschoppt. Nils, 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 geh weg. Hast du gerade geschoppt? Nils, geh weg. Nils, geh weg. Aber warum hast du mich dann nicht angeguckt am Anfang? Weil ich es so getan habe, als ob ich ihn umgebracht habe. Ich hab Angst. Nils ist hartbedächtig. Oh shit. Warte mal, Dalu kannst du überhaupt nicht sein. Der hat mich nicht getötet. Es kann nicht Dalu sein, Leute. Er ist das. Ja, er ist hier, hier ist er. Grants ist es auch. Warum bin ich es? Wow. Ciao, ciao, heil mich. Passiert hier irgendwas jetzt? Was macht Maru da drüben? Ich lass mich von zu vielen beeindrucken, glaube ich. Ich hab nur 8 Schuss, warum? Ich brauch Heilung. Ich hab leider keine Credits gekriegt. Hast du keine Munition aufgefunden? Sorry, alle, keine Credits. So, lass mal hier aufräumen. Oh, nein. Du kannst doch keine Ahnung. Vorsicht, Mikro. Grenz schießt auf euch. So, Bibliothek is safe. Grenz trifft immer dabei. Okay. Oh, nicht einklemmen hier, bitte. Nicht... Jetzt... Adapter. Ego, wie schützt mich hier an? Ja, ganz gut. Wer ist da drüber? Da ist Grants, Grants, Grants drüben. Äh, in dem Dingens. Ja, und? Guck mal. 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 Da haben wir denn drei oder zwei? Drei. Zwei. Dann ist es Grants. Nein. Schau schon da drüben. Leute... Wir müssen das wieder einstellen mit den Karma und so. Das ist... Ernie ist wieder dabei. Naja, das stimmt eigentlich. Oh nein. Er schießt immer noch auf mich. Da Kundran. Hat so ne dope Idee. Oh, das ist meins. Hm.. Ach, muss ich aber nachladen. Warte mal. Lebt Kundran wieder. Kundran lebt wieder bitte sofort abschießen. Guck mal. zeit lassen können nein ich habe getötet so bin ich jetzt okay du kannst aber auch gemacht haben damit du selbst ist das kann sein aber bitte kurz sind die rufen wird sind aber wenn er keine kräfte kann ich da nichts für was jetzt mit mir ich bin doch safe halt war immer du bist es ist wirklich mal wo hinten am helikopter er wird wiederbelebt glaube ich sterbe glaube ich ich glaube hier wird wiederbelebt leute oder töte ihn ja warte 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 mal an die kann ich nicht ich kann nicht kann ich nicht nein kurzer herzinfarkt danke es ist heißt er sporn wieder es gibt nur ein sporn auch tau tau und chico stehen beide im spawn raum der sporn und läuft raus ich bin immun gegen brennende hölle explodiert der hölle explodiert oh nice alter ich bin richtig abgehoben geh mal weg da es ist doch noch repairing schade es wird so gut gehen wir sind beide nebeneinander das ist wie der hochgang wärst aber welche zeit hast du denn gestalt und äh hatte grans nicht in item von dem trader gehabt und sowas weiß ich gar nicht das ist auf jeden fall mein dead bringer oder ja der neue fis will den grans machen ah oh oh ah oh 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 ah nein messen teil uah was wo hab ich denn das für fässer her wer hat kein messer er hat kein messer er hat ein messer er hat ein messer Harry hat ein messer frei zum abschuss Tauter hast du ein messer ey grans was bringt er dieses messer grans hat ein messer Ja, hier schon. Friends mit dem Game. War ich grad da drüben? Hey, Moment. Ah, Early. Sie sind in der Waffenkammer. Early hat kein Messer gehabt, Leute. Doch, ich hab ein Messer. Was bringt das Messer? Kommt das hier rein? Early hat er eins. Was bringt das Messer denn? Nichts. Das ist ein Messer. Kann ich mit damit jemand töten? Hey, Early, hast du hier grad Tautau getötet? Schieß Gramps ab. Gramps ist confirmed. Gramps ist doch confirmed. Nein. Hast du denn Early auf mich geschossen? Nein, jetzt war die für dich. Im Keller muss der nicht sein. Im Keller muss der nicht sein. Gramps wird vielleicht wiederbeleben. Im Keller ist ein Traitor. Ja, ist schon tot. Fisk ist auch noch hier. Fisk nicht hier rein, komm, hau ab. Ich hab den abgehauen. Ey, nie hast du das nicht. Es müssten doch nur noch Traitor fast sein. Es gibt doch nur noch einen Hino außer mir. Ja, dann bin ich das. Nein, ich bin das. Ich bin Dete. Na, darum geht's doch nicht. Moment, dann lass Fisk doch blitzen. Oder wir knallen ihn ab. Blitz oder stirb. Blitz Dalu sofort. Blitz oder stirb. Blitz! Warte! Ey, ich hab doch einen Traitor gekillt, aber er wollte nicht. Ist gut, ist gut. Ja, McFly und Conan sind's. Wir haben's rausgefunden. Ja, das Rätsel... Ja, Conan, das ist... Ich muss Heilung haben. Ja, warte, 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 warte. Nein, nein, ich hab ne Idee. Oh nein, das wird doch nix. Was ist denn los mit dir? Was hast du denn vor? Warum redet jetzt keiner mehr? Oder ein Chassis? Nee. Jetzt ist der Zweite hier. Wer ist denn jetzt Traitor, verdammte Angst? Dalu ist es. Dalu. Gut. Oh, ne, dann renne ich weg. Ey, da hab ich Angst vor. Das geht nicht. Oh! 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 Da hab ich so ne schöne Vorarbeit gemacht. Hä, wo war Dalu denn Traitor? Ey, ey! Ey, ey! Wieso sollte ich denn Dalu pissen? Ey, ey! Das hab ich überhaupt nicht verstanden. Weil er ja auch möglicherweise... Das war echt ein bisschen doof gedacht, halt. Möglicherweise... Ich wollte grad gucken, wer anderes lebt, ey. So blitzelig Dalu. Warte! Moment, warte! Shop noch mal eben vielleicht. Jetzt einfach nur Blitz irgendwas sagen müssen. Das hätte doch gereicht, ey! Dann hättest du Dalu killen können und so. Okay, dann wäre er eventuell Traitor gewesen. Er hätte doch einfach nur die anderen beiden blitzen müssen. Das wäre doch das Beste gewesen. Ich glaub, er musste noch die Namen suchen. Also, Moment, wie läuft das nochmal ab? Das hab ich jetzt gar nicht mehr im Kopf für diesen Blitzen. Du hast einmal pro Session, also innerhalb der ganzen sieben Folgen blitzen und als zwei Namen sagen. Das darfst du aber nur, wenn du selber Inno bist. Also, du machst nicht... Also, zweimal kann ich das machen? Nein, einmal mit zwei Namen. Und nicht zum Spaß. Achso, dann muss ich hingehen und... Und nicht, wenn du Traitor und Date bist. Genau, und nicht zum Spaß und als Traitor und Date geht's auch nicht. Nur als Inno darfst du zwei Namen sagen. Und du darfst aber auch keinen Date-Namen nennen. Also, wenn ich blitze, dann muss ich immer zwei Leute. Du kannst auch nur einen. Und müssen abgeschossen werden. Genau. Genau, die, die geblitzt werden, dürfen nichts sagen und müssen erschossen werden. Selbst wenn du weißt, dass die Person eigentlich dann innocent ist, musst du die geblitzt Person abschädeln. Und blitzbar sind natürlich nicht Detectives. Obviously. Und ich selber auch noch nicht. Die haben schon geschossen. Ich hab nur einen Waffendrop bis jetzt gehört. Ich bin oben bei Fisk. Ich suche immer noch ne Waffe. Tic-Tac, Tic-Tac. Wieso hast du hier gelegt? Just a Claus. Headcrap? Was ist passiert? Das ist was anderes. Was denn? Was was hier unten war? Was war denn bei euch da grad los? Ist das nicht der Headcrap, Leute? Ich wollte grad nach Headcrap gucken. Ach Quatsch, das ist die Tür an der... Da Luise, ich hab eine Bärenfalle gelegt. Ja, genau. Deadwinger oder... Ja, Deadwinger, er ist nach unten. Oh. Ja, okay. Ist einer runtergefallen? Ne, der hat sich auch gelöst. Okay. Du wirst gesöffelt, glaub ich. Roll Shuffle, ich bin's nicht mehr. Der Marsch. Spinner, das war ne Bete. Ich bin Inno jetzt. Der war beim Helikopter irgendwo, Dalo. Ich kann auch blitzen, um's zu beweisen. Dann Blitz. Ja, mach. Aber Lund noch nicht, ich hab ja kein Verdächtnis. Ja, Lund noch nicht. Wenn ich jetzt nen Namen hätte, dann hätte ich... Jetzt wäre er gekocht worden. Mach diese Musik aus, das macht mich wahnsinnig, ey. Das war schön beruhigend. Da schießt jemand. Die ist halt die Oma von mir. Wir haben jetzt sicher, ob sie es ist. Warum schießt der Erli? Erli, jetzt hilf mir. Ich brauch Support. Mach doch... Du kannst doch einfach was kaufen. Erli, dann ist es. Achso, deswegen soll ich ihm helfen. Halt die Storze da, Lund. Ich hab ihn gerade verraten. Ich hab ihn gerade verraten. Mach doch auch mal was von der Scheiße. Echt wahr. Da wurde gestrumpft und gesoffen. Ja. Und das war nicht Grenz. Danke für die Credits, Erli. Hinter mir. Das ist ne super Ansage, Grenz. Da drüben. Da drüben. Da drüben. Bis gesessen? Nein, überhaupt nicht wahr. Dalo ist noch im Dead Ringer. Ist tot jetzt. Oh Gott. Fuck you. Dead Ringer oder tot? Ich hab's noch gesehen. Entscheide dich. Wo befindet sich Mr. Dalo? Seid dich. Reicht tot. Ja, wo denn? Irgendwo unten. Auf dem Boden. Es wird da nur noch Punkte hätte. Nein, Grenz. Warum bist du so früh vor mir gegangen? Ah! Chigo! Halt die Klappe! Du hältst, ihr Klappe! Nein! Oh! Oh! Ah! Ich dachte, das wär... Ich dachte, das wär... Chigo... Der sich erschossen hat gerade. Nee. Wart's Chigo. Oh, ein Karma wieder. Ah, also Fisk. Dabadabaa! Hopp! Da sieht doch noch ziemlich kackt Affe aus. Ah! Geht doch! Die Säge. Ist die Säge gut? Wieso hab ich die ganze Arbeit gemacht? Ah, Grenz, warum hast du am Anfang nichts gesagt? Habt ihr mich nicht gehört? Ja, weil ich dich töten wollte. Ich wollte nicht, dass die anderen das wissen. Warum hat die überhaupt nicht bei dir getriggert? Die lag ja schon. Ich bin rechts daran vorbeigegangen. Hat er deinen Namen richtig mir ausspricht? Habt ihr mich nicht gehört, dass ich Chigo gerufen habe? Du warst einfach für Leute. Ja, aber manchmal... Manchmal ist ein Namen rufen ja auch kein Beweis. Okay, das stimmt. Ah, du wasch! Ja, das stimmt ja. Und... Schups! Komm ruhig rein. Chigo, musst du nochmal schupsen, Leute. Okay, jetzt. Alter, ey. Ich... Wenn ich's werde... Oh, oder? Oh, oder? Oh, oder? Hey, komm hier oben, liegen noch Waffen. Damsen. Oder einfach ab. Das ist kommentarlos und verschwinde einfach wieder. Nils, ist es! Nils, konfirmt, wenn ich tot bin! Ah, brauche ich gar nicht. Das Telefon abgesprungen. Das hat er ja getan. Ja, Nils dreht sich danach, rollen wir da direkt um und folgt mich im Diegelheader. Hä, ist der Raum jetzt dauerhaft offen, oder wat? Der Waffenraum. Hier, da sind noch Credits drin, Detective. Wo ist denn hier hinten? Oben, in der Mitte. Hol' doch mal! Hol' doch mal! Geh weg hier, Vekfly, weg von der Leiche! Das ist doch schon geproppt, Dingens! Das ist... Vekfly ist es auch und das Telefon ist schon geproppt, geschüsst! Hey, Flocke, nein! N... N... Flocke... Die Streuung der nicht so genauen Waffe hat dazu geführt, dass Flocke den Headshot nicht bekommen hat. Flocke hat Kunran übrigens gekillt. Kann man so sagen. Jaja, Flocke war das. Natürlich kann man so sagen. Nimm da keine DNA, Mario, das ist irreführend. Ich möchte ihn wieder beleben, das geht nicht. Den Haskel ist auch nicht so genauen. Oh Gott, auch nicht. Nein, was? Maru? Das ist ein Trader. Der wird mir nicht angezeigt. Stimmt, das ist ein Trader. Die Credits hast du da mal rausgenommen, ja? Ja, kein Stück. Early, bei unserem Server kannst du als Innocent keine Leichen aufhängen. Halt die Schnauze! Wenn du mich einmal schlägst, schieß ich einmal zurück. Kunran ist inno, ne? Ah, jetzt hat Nils eine Erleuchtung. Flocke aber auch. Aber Flocke ist doch da aus dem Raum gekommen und er drum geballert. Das hat doch jeder gesehen. Jaja, ich weiß doch. Tau, Tau! Abschluss, hinter dir, Shigo, hinter dir! Wo? Aber der hier drin! Der hier drinne! Hab ich! Achtung, McFly, du stehst wahrscheinlich. Ah, ich bin überlebt. Er rennt unten in den einen Raum natürlich. Oh nein! Gib mir das mit, Kid! Was war das? Von hier draußen! Ich kann nicht! Max ist Traitor! 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 Er schießt Max! Moment! So was von gelogen! Scheiße! Ich kann das nicht! Tau, Tau jetzt wieder zu? Ja, nachdem er nichts gesagt hat, hab ich ihn abgeschossen. Er hat sich nicht beschwört, als ich ihn angeschossen hab. Ne, er warst ja eh. Max ist in! Jaja. Max ist oben, oder was? Irgendwo, irgendwo war doch hier einer noch gerade. Irgendwo, irgendwie, irgendwann. Oh Mann! Shit! Wo bist du Fisk? Keller unten. Wieso? Gibt's nur noch Traitor? Nein, nein. TauTau und Nils sind ja schon tot. Willst du deswegen fragen, wo ich bin? Nur noch Maxi ist der Traitor. Maxi ist hier oben im Hauptraum. Mach ich! Ja! Das ist korrekt. Aber gerade die Treff nicht. Ja! Auch nicht. Boomerang hat nicht getroffen. Ich hab keine Munition mehr. Sekunde. Au! Ne, ne, ne. Warte kurz. Komm wieder zurück. Kommt mal einer helfen, oder so? Komm, komm doch mal wieder zurück. Totfest. Wo war jetzt mein Fehler? Ich hab auf Maxi geschossen, als ich da rauskam. Und damit... Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Tschüss! Tschüss!